Wir gehen mal durch Frankensteinlauf, Geistergeschäft. Oh je, da geht es nicht lang. Ich sehe gar nichts. Ich trete mich auf zu einer reichen Matte und meine Schwester. Ich sehe gar nichts. Ich sehe gar nichts. Hallo? Oh, der Ketten hier. Oh. Das ist Fikardine. Ja, den sieht man nicht. Alles dunkel hier. Das war's. Ich habe über 120.